Er will gar nicht, dass wir die Ketten durchsägen. Wir sollen uns den Fuß absägen. Er hat mir geholfen. Ich möchte ein Spiel spielen. Herzlich willkommen. Zurzeit atmen Sie ein tödliches Nervengift ein. Um sich zu retten, müssen Sie das Gegenmittel finden. Eine Dosis liegt im Safe. Die Kombination haben Sie alle ganz hinten gespeichert. Das Spiel ist eröffnet. Nur keine Panik, Leute. Das ganze Haus ist das Wolle. Jetzt halt die Schnauze, okay? Ich hab's nicht. Lass dich nicht. Wir kommen jetzt raus. Hilfe! Lauf! Leben oder sterben? Entscheiden Sie sich. Sie verheimlichen uns doch was. Das stimmt doch. Mach die Tür aus! Wir kommen hier nicht raus! Ruhig! Oh ja. Es wird viel Blut fließen. Wir kommen hier nicht raus! Wir kommen hier nicht raus! Wir kommen hier nicht raus! Wir kommen hier nicht raus!